weggeholt er war ganz gut geholt ist dass er keine merkel doppelbörste holen aber es ist einfach so viele gags und ein paar von den 10er in der trotzdem auch immer getragen ist ich geh weg da kommen ganz viele danke Dark oh leck ist man tot klar ne aber Dark hat mich gerade gerätzt Sven wenn du bei mir vorbeikommst dann kommen wir zum Fahrzeugterminal rechts ja das Problem ist ich das gerade in den gegnerischen Reifen quasi ich bin jetzt beim Fahrzeugterminal ja der ist tot ja aber ich bin nah dran also ich habe diesen weg frei geballert da waren 100er gesessen bin tot aber jetzt da komme ich wieder diesmal mit der Zyklone ich glaube das ist geschickter aber dafür halt ohne Stalker also ich bin jetzt nah beim Fahrzeug ja warte ich schieße ja mein Pickel rüber äh du hast so viele Gegner zwischen dir und Fahrzeug ne na war es so viele sind das nicht wenn ich beeilt kriege muss ich lauf schon ich lauf schon siehst mich doch ich lenke es ab du rät gehst durch über dir eine leichte danke bist du durch ja ich bin ich mag hier schon wieder in dem Schein drin oh ich bin da ich bin da und ich bin da und ja du bist doch nicht da und so gut wie da und ja ich meine du bist Spion ja ich bin auch da und ja ich bin Spion so ein hässlicher Spion bist du denn Spion mit der Weihnachtsmitte oh fuck jetzt hat er mich aber da komme ich nicht lebendig rüber aber wir haben den Sandi gut dann brauche ich ja nicht mehr zum Fahrzeugterminal sondern da wird jetzt einfach nur A-Punkt zugecampt oder wobei doch ich versuch zum Fahrzeugterminal ich komm mit ich komm mit ich komm mit ich weiß im besser ja ey jetzt komm Maggie sonst so auf der Straße ich nehme auch meine Zyklon der Sandi wird gebombt oh es war ein Fehler ja die haben sich ein Fahrzeug geholt der Sandi ist weg ja lenkt sie ab ich gehe zum Fahrzeugterminal ja ich bin auch schon am weg zum Fahrzeug ich bin schon längst weit vorne drauf ja wenn du spawn biegen nehmen konntest ich nicht na wobei so viel näher bist du gar nicht aber ich muss nachladen Sven du rennst voll in drei Reihen ne? ja ich stand hier eigentlich getarnt aber er hat mich trotzdem gesehen ja das ist und die sind jetzt alle hinter dir wir haben dich auch gesehen können sie mich nicht doch der hat sich umgedreht und ist dir hinterher gerannt nachdem er mich gekillt hat kann er mich nicht er hat mich nicht gesehen ok nein nein hoch hoch du scheiß Puppe oh scheiße alter jetzt kämpfen die schon dann zersponbeck zu da komme ich auch nicht drum alter der Typ bitte lächer war einfach so schlecht oh oh so ja machen wir halt noch was machen wir das machen wir hoch hoch geht das schon hoch du grösst noch ein Stück noch ein stück jetzt bin ich da hauptsache der andere wenn ich auch noch in meine Viederbindes dort mein Foto schaffst du das? ich glaub wir kriegen die Base auch ohne Fahrzeugkamer Queen ja nö ich kann jetzt nicht mehr sparden bleib in Bewegung du möchtest gewinnen das schon Foto unsere direktes Sandi ziehen habe ich habe ich und direkten hau wasser vor mir das heißt doch die man dann da weil das nach hauble tut nach haupt und wenn ich versuchte aufzumachen wir haben sie raus 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 ja ich bin schon rasch aber guck so macht man das leute ist so macht man ja so macht er das geil gute richtig geile scharste da gibt es meine das ist ja 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 so sagen dass ich besser egal aber jetzt ja doch die galaxy fack jetzt die galaxy runterholen futter double buster ja wohl chef ich reine lexen ich renne schon ich habe das ding geholt also ich will jetzt mal lobt hier richtig fest das ding ist schon kaputt irgendwie ja es hat eben schon gebrannt trotzdem hat's weggeholt ich kann keine merke doppel bürste holen kein mann kein geld mehr zu aber die galaxy sicher weg ich habe mir jetzt auch noch dass wir den a punkt wiederholen ja das kann man machen hier wäre die idee ist damit lässt sich leben ja gut wir haben wir wollen oder fahrer zugeschlagen team oref ich sag's noch mal die wir waren es ja aber wir haben trotzdem mitgeholten und jetzt richtig fett das art terminal herz waren die mercenaries wir haben das terminal gehackt aber das war ein nachmachen was er die nicht die richtigen weil es erstes bei denen es groß geschrieben ja okay aber das ist schon für niveau oder wie er ist für niveau nach das war Spaß man ein paar gegner irgendwie habe ich das gefühl ob sie sind unsere ja so einzeln er wenn hier noch kommen also das war feuerwerk beispielsweise die hier oben die alle c14 die rennen noch rum ja aber die können nichts mehr die sind fertig auch nö jetzt merzen immer noch gut verteidigt ja ja natürlich wir haben es ja nicht eingenommen das verteidigte aber es war ein kleiner push ja und ich würde sagen wir haben noch vier minuten wir haben noch vier minuten zu sagen dann ziehen wir doch noch mal ein harry marke dafür bin ich auch hier ist ja ach du fährst du dahinten mit oder dann fahrt man noch adwari frozen reservoir aber ganz schnell nur ganz ganz schnell wie er ist in schätzt die haben das an die hier naja wenn man ziehen habe was wir machen wir weg die sau er wird schon gehandelt guter der 1 2 schon eigentlich richtig und die haben noch nennen es dann die direkt ja wir müssen jetzt einfach ding machen panzer ziehen und waffen ja dafür müssen wir das terminal ja dafür rennen wie in schieß wenn ich erheben dafür bist du in die falsche richtung bin ich richtig bin ich bin schon wieder vor dir ja weil ich mich umgedreht herum geschaut wo du hier dran bist du hast keine ahnung wie du laufen musst ach weiß ich ja ja habe ich gemerkt deswegen ich auch vor dir ja 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 so ist es so ist es wenn nämlich noch weil ab schießt mein kleiner freund natürlich jetzt ist einfach wieder hinter mir der lappen hast du gut ein jahr hat mich leider und herr ist ja direkt vor der egal raus 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 WTF stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben ja fahr doch du kannst du nicht vorm fahrzeugtermine stehen bleiben einsteigen ja drin wer gerade schon fast tot gewesen von dem sanftutur das falsch müssen er mag es kann gerne ich bin auch dafür dass marcus man gerne macht ja bei ihm da ist ein 20 vor uns motor motor gut ja ich wechsel doch schon jetzt nervt mich nicht wir müssen aufschießen naja wir sind am arsch wir standen gerade schon wieder zehn sekunden vor dem geparkten sanderer kann ich nichts dafür jetzt ausgestiegen ja ich wollte erschossen headshot gekriegt verdient ne vor allem wir verrecken jetzt wegen eurer scheiß aktion warum er hat mir die anfang ist immer wechseln den platten ich habe sagt ja und dann hast du einfach ist sie dann gedrückt offenbar ja 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 und warum hat sie dann drücken zehn sekunden gedauert der andere herr ist als sie überschlagen den wir schon mal und verliert ab wir sind dort natürlich sind wir dauernd für die lattenseite gar nein ist jeweils drei haußer sind wir mit dem er mir locker fertig geworden ja ja wenn ich zehn sekunden lang von dem geparkten sanderer gestanden und keiner schießt weder der im schützenplatz noch der hinten er geht ja nicht nirgendshandur ich suche es mal in sonne wo brennt hier vor allem wo ja mal da ist er noch super junge du bist richtig gut du hast solche kochen ist er übrigens ab und schon wieder verloren und wird er tippt attitude tippt attitude tippt hekt una kackert scheißen hcc'snen das waren ja ein bisschen s mäßig was Handy DNS also ich kann ja lickenzpornen dann erobern wir mal wieder würde ich sagen Juhu ich hab jetzt Mauler Juhu ist klar Schrotze mit äh Luftabwehr die beste Kombi für den Häuserkampf ich mag mich dann noch neben dir sorry weil ich wegen der Schrotze umgehen kann wie gar nichts ich hab dir schon dreimal angeschrien ich heilig ich habe angeschrien ja dann blinke ich auf dem map wie nervöser was weiß ich was wenn ich auf dich zu blinke ich im sekundentakt also leute ich will sagen das war's jetzt auch mal ich habe was halb im vkd 15 1 und zwar ok und aber wir haben jetzt nicht ein Foll und will sagen bis zum nächsten mal das event ist ja heute abend ihr seht das bloß nicht für die folge hier rauskommt von der ist es ja wurscht also dann bis zum nächsten mal Tschüss. Auf Wiedersehen.